Hat es also doch geklappt? Anne Wünsches, 30, Fans kannten in den vergangenen Tagen nur ein Thema, Babytalk. Die ehemalige Berlin-Tagnacht-Darstellerin hatte im Südafrika-Urlaub erste Anzeichen einer Schwangerschaft bei sich entdeckt und ihre Follower daraufhin alarmiert. Sie selbst schien zwar wenig überzeugt, doch jetzt wollte sie es genauer wissen, Anne macht die vor laufende Kamera zwei Schwangerschaftstests. Auf YouTube veröffentlichte Anne jetzt ein Video, in dem sie zunächst ihre Zweifel kundtat. Im letzten Zyklus hatte ich auch gedacht, es hat funktioniert und ich habe damals sogar drei Tests gemacht. Die Ungewissheit wollte die Influencerin aber offenbar auch nicht weiter aushalten und griff zugleich zwei Schwangerschaftstests und enthüllte das Ergebnis vor laufender Kamera. Nein, da ist ein zweiter Strich, ich bin schwanger, ließe ihren Emotionen freien Lauf. Ich werde mir direkt Montag einen Termin beim Frauenarzt machen und es mir bestätigen lassen, versicherte eine völlig aufgelöste Anne ihren Fans. Sie versprach, sich dann wieder bei ihren Followern melden zu wollen. Tipps für Promiflash?